Moin Leute und Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft PS4 und ja in der letzten Folge haben wir unsere große Erkundungstour abgeschlossen und sind echt mit geilen Sachen zurückkommen, nämlich mit zwei Schmelzöfen, mit einem Räucherofen und wir werden jetzt auf jeden Fall alles sortieren und allgemein auch das Haus mit die Kisten vernünftig an die Wand machen und so und alles und natürlich bald werden wir noch ein richtig normales Haus bauen und so, weil ich baue immer nur so einen scheiß Kasten aus Holz und so immer nur und ja aber jetzt erstmal für alles an die Wand machen ja genau damit fangen wir jetzt an in dieser Folge machen wir das jetzt und pflanze natürlich noch die rote Bete ein und noch die Kartoffeln die wir bekommen haben ist natürlich auch noch wichtig in unsere ja vorübergehende Farm die wir gerade haben Süße Beeren haben wir auch gefunden wir hatten halt wirklich noch keine okay dann ist ja gut ja komm mach mir mal hier so ans Haus dran das erste ich weiß ja wirklich nicht soll ich wirklich in diesem Spot bleiben keine Ahnung weil ich weiß es nicht aber wie gesagt es gibt hier echt in der Nähe nichts wirklich anderes so oh Gott wir können halt wir müssen halt sehr viel fällen das ist halt die Sache hier runter halt fällen sehr viel da kommt auch bald die freie Fläche ja ich würde sagen wir bleiben hier wir müssen halt ein bisschen was gerade machen und so weil da hinten ist mir halt alles viel zu leer das ist halt viel zu leer dort ja wir bleiben hier wir haben vor allem hier richtig nah das Meer bald wohl auch noch Seetang muss ich noch holen vielleicht auch noch diese Folge wer weiß aber wir werden jetzt hier erstmal die rote Beete noch einpflanzen und die Kartoffeln ich glaube hier ist Weizen ne oder also da links noch viel Karotten das sind Samen ja was ist es nicht besser äh einfach halt so einfach da so andersrum zu machen so jetzt kommt hier Kartoffeln rein und rote Beete haben auch erst nur einen Samen aber besser einen als gar keinen das ist hier mal klar okay das ist jetzt unsere kleine fürs erste Farm ne genau jetzt stellen wir mal die den Räucherofen und die Schmelzöfen die zwei hin geil man dass wir jetzt endlich sowas haben ach das ist einfach nur geil ja ich würde sagen ich mache jetzt erstmal neue Kisten damit ich die jetzt nicht kaputt machen muss damit da jetzt nicht alles so rum äh gleich äh alles rumliegen wird und so ähm so machen wir ja fünf Kisten okay okay und die platzieren wir jetzt da hin erstmal hier und da machen wir hier ich weiß nicht sollen wir das hier machen oder nicht ich mache erstmal so ne und dann nebendran noch direkt äh einen Schmelzofen unten und dann noch einen normalen Ofen oben so ist glaube ich für das erste halt gut ne genau jetzt werde ich einfach mal äh ja klar ich weiß echt nicht was ich mit dem Haus machen soll ne weil es lohnt sich jetzt hier nichts äh die Kisten zu sortieren äh mehr hinzustellen ich meine ich muss hier ein vernünftiges Haus bauen wir müssen auf jeden Fall jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall nehme ich mir vor alles so viel möglich immer hier außenrum alles wegzufällen damit wir hier jetzt ein großes Haus bauen können das Haus einfach vergrößern können oder vielleicht da runtersetzen können und so ich weiß es nicht ich muss mir auf jeden Fall irgendwas besonders ausdenken ne ja machen wir jetzt erstmal ja machen wir jetzt mal hier vorn alles darüber so 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 alles rein da nicht die Fackeln die nicht so genau die Kartoffeln wollte ich eigentlich noch braten gehen so ja komm ne ich mach da jetzt keine Kohle rein mach da jetzt Holz rein wir werden jetzt eh dann in der nächsten Folge oder so in der nächsten Folge wenn ich das dann alles fällen werde viel Holz haben das heißt dann werde ich jetzt Holz als Brennstoff benutzen okay genau dann machen wir weiter ähm ja hier oben haben wir noch das und ja hier natürlich noch sehr viel so alles rausnehmen alles reinmachen so dann noch einen Ofen dann nochmal ne ganze Ladung und das war's dann wir haben zwei Goldblöcke ne interessant so okay die Fäden haben wir die auch noch schon drin ne okay dann machen wir unten weiter den Rest eigentlich mag ich es echt gar nicht so wenn Kissen so unordentlich sind Bruder man kommt gar nicht da zurecht ist echt immer so schlimm oh mein Gott ja ich weiß echt nicht wie ich mein Haus machen soll man ich glaube wir müssen wirklich umziehen ich will echt ich will in irgendeinen Berg oder so rein meine Fresse hier gibt's keine Berge ne Biene what the fuck ach man ich weiß echt nicht man ich muss mir echt noch was überlegen ich überlege mir was bis zur nächsten Folge ich würde sagen Ende der Folge laufen wir noch kurz darüber und schauen mal vielleicht gibt's da ja noch irgendwo so ein Berg wo ich mich reinbauen kann ich will so eine Höhlenbase machen vielleicht auch ein bisschen weiter unter die Erde irgendwie so eine Höhlensystembase bauen oh ich hab irgendwie so Bock auf irgendwie sowas vielleicht gehen wir vielleicht machen wir sogar hier so ich mach hier einfach ne Leiter runter also hier erstmal so unsere Hütte weil wenn wir so ein irgendwas hier oben natürlich sowas kleines bauen so ein Tower oder sowas für uns aber das ist nicht unsere richtige Base dann geht's hier runter oh ich hab glaube ich sogar schon die Idee gefunden machen wir so ne Leiter runter so ne fette irgendwie dann gibt's hier so ne Leiter runter dann kommt da so ein erster großer Raum und der ist dann verbunden mit verschiedenen anderen vielen Räumen das hab ich jetzt vor so okay das machen wir ja doch und hier oben wir wollen natürlich bald eine Farm bauen und so das werden wir alles hier oben noch machen ne unsere ganzen Farmen Farms und sowas okay das ist ne gute Idee damit beginnen wir in der nächsten Folge oh mein Gott ey ich muss oh okay okay ja ey ich bin jetzt sehr zufrieden mit dieser Idee sehr zufrieden gerade lol ist mir grad eben random eingefallen krass man geil geil man Junge okay ähm unser Vental ist komplett leer genau warte ich mach jetzt mal hier was was ich schau mal alles raus was wir noch braten müssen 40 Eisenplumpen müssen wir noch verarbeiten in Eisen ähm verarbeiten das muss man braten 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 ähm noch ein bisschen mehr Brennstoff brauche ich für äh Ding für die Öfen teilt mal alles auf hier mach ich dann 32 32 und hier ist ja schon was drin so wir machen schon mal das Essen wieder rein so 30 Uhr Opa-Toffeln echt fresh und gut ah hier ist noch was ja ich glaube so weit ich sehe war es das eigentlich ja genau ja ich weiß nicht ich würde dann hier echt so einen Tower bauen so einen großen der so in die Höhe geht ähm 3 ja so ein Dreier Ding ich gebe da so eine Leiter runter ich parkiere schon mal oh ich habe sowas noch nie gebaut so richtig so mit so einer Leiter runter so eine so so ein Haus so und dann ist irgendwie hier entweder noch so ein Blockreihe wo dann die Leiter ist oder irgendwo anders so und hier wird dann gebaut ne wird immer geil werden das wird unser erstes richtiges Projekt was wir hier machen werden in diesem äh in dieser Welt in diesem Let's Play so ne ok nächstes was wir beraten das Eisen muss ich natürlich auch noch rein machen muss ich noch das Rohr äh nicht das Rohr Eisen ich meine die Eisenklumpen zu Eisenbahnen machen und die Gold äh Blöcke Blöcke zu Goldbahnen machen so achso ne es geht ja noch mehr Eisenklumpen alle bitte so Dankeschön ähm ähm genau ich glaube ich werde sogar in drin viel mit Fichtenholz machen ich habe so Bock so Höhlen Systeme wie mit so Fichtenbrettern und Fichtenstemmen zu machen und so oh mein Gott ey ich habe echt schon gute Ideen und so wie wir das machen werden wie gesagt das Display wird ja jetzt nicht unbedingt das krass längste Micro Display werden ich habe vielleicht vor keine Ahnung wenn ich die 100 Parts erreiche will ich schon langsam zum Ende kommen wir müssen ja ähm ich will gute Base ich will eine gute Base bauen ich will allgemein ich will eine fette Farm bauen ich will schon was geiles bauen natürlich auch aber ich will natürlich auch ähm nach einer bestimmten Zeit auch mal zum Finale und so kommen also ja halt na beides so aber wenn es mir natürlich so krass Spaß macht werde ich natürlich so lange machen wie es geht ne noch so viel bauen wie möglich und der Ende Drach ist dann halt das Finale ne ist ja aber klar ach ich habe noch sehr viel vor hier ach man okay das wird geil äh ja genau ich die Fichten Dinge ja gut ich lasse die jetzt auch noch da auf jeden Fall die Setzlinge wir haben auch sehr viel Knochen ne wir haben auch sehr viel Knochen jetzt bekommen 25 dann mache ich jetzt ein bisschen Knochenmehl äh Fichtenbaum ja komm wir haben hier einen und dort so und das Knochenmehl jetzt äh der erste ich fälle mir auch jetzt direkt gut so ja gut dann äh wie gesagt dann machen wir in der nächsten Folge buddeln wir uns da runter fangen damit schon mal an und ja wenn wir halt hier oberflächlich irgendwas bald bauen werden dann werden wir hier halt ähm richtig krass hier alles außenrum immer weiter und so weg machen wenn ich auch allgemein Holz brauche wäre ich allgemein hier halt dann einfach fällen und ja okay ey ist aber echt ich bin echt zufrieden jetzt mit dieser Idee das ist echt gut das wird geil wichtig auf jeden Fall dass wir jetzt nochmal Fichtensetzlinge bekommen dass die halt einsammeln unbedingt sonst haben wir wieder keine Fichten Fichtensetzlinge halt jetzt können wir halt keine weiteren einpflanzen so hier ähm ich wachse ich lasse es mal wachsen okay Weizen ist jetzt egal aber ja okay Kartoffeln ist auch egal eine rote Beete ist wichtig damit wir das halt jetzt gleich schon vermehren können wow ist dein ernst ernsthaft jetzt kann ich jetzt auch noch Sätze machen hallo nein oder nein never nein jetzt ernsthaft nein oh nee oh mein Gott nein ach du kacke ernsthaft jetzt oh nein oh nee warum warum ey es macht doch keinen Sinn man wow haben wir doch noch keine rote Beete geil äh man was ne kacke meine Fresse oh jung ey 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 bro schön mal Mann so ne kacke was ist das hier genau warte heißt die waren noch nicht fertig oder was warum ich kenne ich kenne ich kenne diesen scheiß texture pack gar nicht weil die fertig sind man keine ahnung ich meine das ist sogar das normale texture pack ich spiele halt nie mit dem keine ahnung eigentlich ja gut ok leute wie sagen das war es dann auch wieder mit dieser folge von minecraft ps4 in der nächsten folge machen wir bauen dann unsere richtige base fangen wir an zu bauen darauf freue ich mich jetzt gerade richtig das wird echt geil ähm und ja wie sagen sehen wir uns in der nächsten folge und wie sagen ja Leute haut rein und dann bye und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal